Die Kinderfreunde wurden 1908 gegründet, um Kindergemeinschaft, Bildung und Spaß zu ermöglichen. Die Lebensbedingungen von Kindern, ihre Bedürfnisse und Interessen stehen damals wie heute im Mittelpunkt unserer Arbeit. Die Mitbestimmung der Kinder ist uns ein zentrales Anliegen. Wir leisten einen Beitrag zu einer solidarischen Gesellschaft, ob bei den ehrenamtlich organisierten Ortsgruppen, den Einsätzen der Spielspaßmobile, den Feriencamps oder in den Eltern-Kind-Zentren. Kinder aller sozialer Schichten erleben Gemeinschaft, Freundschaft und Abenteuer ohne Konsumzwang. Erlebnisräume entstehen. Durch das gemeinsame Spiel werden Berührungsängste abgebaut und Türen für spätere Begegnungen und lange Freundschaften geöffnet. Das Gemeinsame, das Zusammenhelfen und das Füreinander-Einstehen prägen die Arbeit der Kinderfreunde. Die Rechte der Kinder stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Jede und jeder ist wichtig. Jede und jeder ist willkommen. Kinder erleben im kleinen Gemeinschaft, um später im großen gesellschaftlichen Kontext politisch und solidarisch handeln zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017